Dieses Haus bereut die Entscheidung der Bundesregierung, im Falle Jan Böhmermann der Staatsanwaltschaft die Ermächtigung zur Strafverfolgung zu erteilen und somit dem Strafverlangen der türkischen Regierung gegen diesen Staatsanwaltschaft zu geben. Sehr geehrte Damen und Herren, was wir von der Eröffnung der Regierung hier eigentlich bereuten, ist eine politische Entscheidung, die in diesem Karitag zugelassen wurde und die aus unserer Sicht von der Bundesregierung falsch betroffen wurde. Diese politische Entscheidung ist das Grunde gefallen, auf die wir im Weiteren eingehen werden. Die Punkte, die wir bringen werden, ist die Kritik an den Institutionen, die Wichtigkeit dieser Kritik, warum das mit dem Bund werden oder der Bundesregierung zu tun hat und was die Alternativszenarien bzw. ein Ausblick auf die Zukunft wäre. Wenn wir wollen, geht es ja gerade darum, warum es zunächst an welchem Zeitpunkt der Entscheidung eine falsche Entscheidung war, warum es jetzt eine falsche Entscheidung ist, so wie es derzeit aussieht, mit den Komplikationen, die es jetzt im öffentlichen Diskurs im Sinne von redefrei und meinungsfrei gerade angesichts der Bundwerte, für die auch Deutschland steht, gibt und warum das für die Zukunft eine schlechte Entscheidung wäre. Wir sind also der Ansatz, es handelt sich hier um eine politische Entscheidung. Die ist jetzt in § 103 der Strafgesetzbuch auch ganz erlaubt vorgesehen. Wir finden die Entscheidung der Bundesregierung, die gefällt unter einem wesentlichen Eindruck zwischen einem politischen Team, nämlich mit Erdogan, im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise, jetzt im konkreten Kontext, aber auch ein bisschen diese appeasement gegenüber der Zertailung gegenüber dem türkischen Regierungschef. Die Abwägung, die sie da getroffen hat, wogegen sie sich entschieden hat, ist damit das Eintreten für deutsche Grundwerte und insbesondere natürlich für die Meinungsfreiheit, die eine der höchsten Grundwerte der Bundesrepublik ist und für eine der höchsten Grundwerte, für den wir in Europa stehen. Die Bundesregierung trifft aus unserer Sicht, dass eine Entscheidung für die Beweilungswert ist. Sie lässt dann die Staatsanwaltschaft einklagen, das ist natürlich, das gestreiten wir gar nicht, das Verfahren dann, darum geht es uns nicht, dass eine Rechtsstaat das Verfahren gibt, und es geht um die falsche politische Entscheidung. Besser wäre gewesen, der Staatsanwaltschaft Ermittlungen nicht zu erlauben, es nicht zu erlauben, hier ein Verfahren beginnen zu lassen. Daher, warum ist denn die Kritik an einer solchen Institution eigentlich wichtig? Dazu müssen wir zunächst einmal das Problem verstehen. Das Problem ist sozusagen zweierlei. Auf der einen Seite haben wir mal einen eigentlich konsensuales, auch so lebt betrachteten Paragraphen, nämlich ein oder drei Strafgesetzbuches, der aus dem, ich denke, 19. Jahrhundert stand, eigentlich Majestätesbeleidigung unter Strafe gestellt hat, also keine zeitgemäßen Dinge werden. Es herrscht auch gerade jetzt in dieser Januarman-Debatte ein breiter politischer Konsens in Deutschland und eigentlich in der westlichen Welt, dass dieser Paragraphen abgeschafft werden sollte, nur bis bald wahrscheinlich wird es in etwa zwei Monaten auch so geschehen, in einem hohen Blick. Und wir denken, dass auch angesichts der Paragraphen der Vergangenheit eigentlich kaum angewandt wurde, dass er eben ein eigentlich obsoleter Paragraphen ist, und offensichtlich gibt es den politischen Wert. Darüber gleich, bitte. Die türkische Opposition kämpft für ein System, wo Justiz und Regierung unabhängig voneinander sind. Was ihr hier dran macht, ist, dass selbst in Deutschland wir uns nicht trauen, dem Rechtsstaat zu vertrauen, sondern dass wir mehr für das ganze kühle Satiriker wegmachen lassen müssen. Wie? Entschuldige, in den Paragraphen ist die politische Entscheidung vorgesehen. Der Paragraph sieht vor, dass die Bundesregierung eine politische Entscheidung treffen kann. Das ist ein rechtsstaatliches Verfahren, das in diesem Paragraphen so ist. Wir stimmen im Übrigen, wie gesagt, zu, dass dieser Paragraph obsolet ist, daher wollen wir ihn auch abschaffen. Aber die Art und Weise, in der die Bundesregierung aufgrund der so faragraphischen Formulierung in den Paragraphen eine Entscheidung trifft, ist rechtsstaatlich angesichts dessen, dass der Paragraph Teil eines rechtsstaatlichen Rechtssystems ist und Teil eines Gesetzbuches, das in einem solchen Rechtssystem erlassen wird und angewandt wird. Aber ja, wir sind froh, dass wir uns in gewisser Weise zustimmen, dass das Paragraphen eigentlich abgesagt werden sollte. Denn, was ist denn der zweite Teil des Problems? Der zweite Teil ist, dass hier eigentlich ein relativ fauler Team mit der Türkei in der Flüchtlingssaftaufricht erhalten werden sollte. Wir glauben, insbesondere angesichts dessen, wenn Sie sich erinnern, an die Debatten, wo auch Martin Schulz, der ja auch ein wichtiger deutscher Politiker, teilgenommen hat zur letzten Europawahl, sehr scharfe Töne gegen die Türkei angeschlagen wurden, auch von deutscher Seite, auch von Seiten der EU eben, insbesondere deswegen, weil wir wissen, dass Erdogan meinungsfrei das eigene eigene Land scharfen folgt, weil es hunderte Verfahren gegen Journalisten gibt, die irgendwelche Arten von Schmähungen Erdogans betrieben haben. Und genau das kritisieren wir, also genau das kritisieren wir von der Seite unserer Grundwerte. Und wir glauben, insbesondere in Richtung dieses Tiefen mit der Flüchtlingskrise jetzt, dass es eine absolut bereutswerte und falsche Entscheidung der Bundesregierung war, hier in diese Richtung zu gehen. Daher wieder, warum ist Kritik an eine Institution nicht nur berechtigt, sondern wichtig? Erdogan wurde ja als Präsident der Türkei kritisiert. Es ging bei diesem ganzen, ja, Böhmer hatte vor, der forderte Schwede, die ich jetzt auch auf dem Paragrafen-Explizit hingewiesen ist. Es ging ja um die Kritisierbarkeit in einem rechtsstaatlichen System. Und Erdogan als Präsident ist also auch als Institution kritisiert worden. Insbesondere in Anbetracht dessen, dass die türkische Führung unter Erdogan Journalisten verfolgt, die es sozusagen wagen, diese Institution, diesen Präsidenten zu kritisieren, die Gegner dieser Regierung mundtot zu machen. Gerade deswegen finden wir es insbesondere wichtig, dem nicht auch noch nachzugeben, dem nicht auch noch in Europa, in Deutschland quasi Beifall zu klatschen, geht auf eine falsche politische Entscheidung, das noch dazu als falscher Gründen. Kritik ist also wichtig, nur durch Kritik kann man auch selbst Reflexion üben. Und vor allen Dingen geht es hier auch um die Meinungsfreiheit, die eben zu den Grundwerten Deutschlands und Grundwerten in Europa gehört. Wenn eine Person in der Öffentlichkeit steht, wenn eine Person eine Institution repräsentiert, dann muss sie mit Kritik auch umgehen können. Muss sie mit Humor umgehen können. Und natürlich kann man da durchaus eigentlich als Institution oder Person in dieser Institution selbst auch etwas reflektieren, wie weit das Gepick vielleicht gerechnet wäre. Das können Sie jetzt natürlich so gut vorsehen. Ich denke, einige Leute würden das jetzt mal betrachten, andere vielleicht als Beleidigung. Punkt ist, es ist meinungsfrei. Damit zur Aussicht auf die Zukunft. Was wäre denn passiert, wenn sich die Bundesregierung also anders entschieden hätte, nicht so, wie sie es jetzt entschieden hat. Denn was jetzt passieren wird, ist, dass wir wahrscheinlich diesen flauen Flüchtlingsziel mit der Zyker aufrechterhalten und dafür unnötigerweise, wie wir meinen, dann gleich auf unser Alternativszenal und dazu unnötigerweise, wie wir meinen, also unsere Meinungsfreiheit an dem Kankerstell einfach hergeben für den türkischen Regierungschef. Wir glauben, was im Alternativszenal passiert wäre, ist, dass die Türkei dennoch auf diesem Flüchtlingsziel eingegangen wäre. Egal, dass wir davon als Morales Schatten lügen. Ich denke, da fließt eben viel Geld. Da geht es auch um rationales und wir glauben, dass Präsident Erdogan zur türkischen Regierung durchaus rational genug gewesen wird, nicht einen Deal, in dem sehr viel Geld ist, einfach nur herzugehen, weil Präsident Erdogan sich jetzt auf einen verbundenen Verfahren beleidigt fühlt und weil die deutsche Bundesregierung sich weigert, in dieses 101. Verfahren auf deutscher Grund gegen deutsche Grundwerte aufnuchten zu können. Wir glauben, das ist sehr schlecht und daher wollen wir diese Entscheidung aus der Sicht der Vergangenheit gegenüberstehen.